Ein weiteres Beispiel zum Thema Betragsgleichungen. Folgende Betragsgleichung ist hier gegeben. Wieder rechts und links zwei Funktionen mit Betrag, also nur positive Y-Werte. Auch hier wieder Fallunterscheidungen. Da wir rechts und links Beträge haben, müssen wir natürlich vier Fälle unterscheiden. In der ersten Fall nehmen wir beide positiv an, würde nichts anderes bedeuten wie X² plus 2, X minus 1 größer 0 und eben X soll auch größer 0 sein. Somit haben wir schon die erste Nebenbedingung, dass eben X auf jeden Fall größer gleich 0 sein soll. Durch den Fallunterschied, dass wir hier beide Beträge als positiv ansehen, können wir ohne Betragsstriche beide Funktionen anschreiben, erhalten durch Äquivalenzumformung. Dann eben eine quadratische Funktion. können die, wie üblich, eben mit der quadratischen Lösungsformel, mit welcher auch immer, lösen und erhalten dann eben für X1 minus 1,62 und für X2 plus 0,62. Und da er als Nebenbedingung gegolten hat, dass X in jedem Fall größer als größer gleich 0 sein muss, kann eigentlich nur diese Lösung hier stimmen, als erster Punkt. Beim zweiten Fall sagen wir jetzt halt, dass beide Beträge negativ sind. Auch hier wieder einfach anschreiben. Das ist kleiner 0 und X soll auch kleiner 0 sein. Eben als Nebenbedingung erhalten wir dann hier, dass X auf jeden Fall kleiner 0 sein muss. Durch das, dass beide Beträge jetzt als negativ angenommen werden, muss ich natürlich beim Anschreiben dergleichen dann ohne Betragsstriche beide mit geänderten Vorzeiten anschreiben. Und erhalte durch Umformen dann natürlich wieder eine quadratische Gleichung und durch Lösen dieser Gleichung erhalte ich dann eben zwei weitere Lösungsvorschläge, was mir dieses Beispiel liefert. Und hier kommt dann eben raus, minus 1,62 ebenfalls und für X2 ebenfalls, so wie beim ersten Fall, 0,62. Da ich aber als Nebenbedingung gesagt habe, X muss auf jeden Fall kleiner 0 sein, kann dann eben nur diese Lösung stimmen. Und ich habe schon mal zwei Lösungen für diese Betragsgleichung. Als nächstes untersuchen wir den dritten Fall. Wir sagen jetzt, X² plus 2X minus 1 soll größer 0 sein, größer gleich 0 sein, also der erste Teil soll auf jeden Fall positiv sein. Und der zweite soll jetzt aber negativ sein, also der zweite Betrag X soll kleiner 0 sein. Auch hier wieder als Nebenbedingung können wir schon sagen, X muss auf jeden Fall kleiner 0 sein. Da der erste Betrag positiv ist, kann ich eben ohne Betragsstriche anschreiben, X² plus 2X minus 1 ist das gleiche, X soll aber kleiner 0 sein, also muss ich das Vorzeichen ändern. Dadurch erhalte ich im nächsten Schritt natürlich auch wieder eine quadratische Gleichung und löse die wieder auf und erhalte dann eben X1, jetzt für den dritten Fall, ist minus 3,30 und X2 ist dann in weiterer Folge 0,3. Und da ja unsere Nebenbedingung war, dass X auf jeden Fall kleiner 0 sein muss, kann nur noch diese Lösung gelten beim dritten Fall. Der vierte Fall ist dann eben genau das Umgekehrte vom dritten Fall, wir sagen jetzt eben X² plus 2X minus 1 ist jetzt kleiner 0, also negativ, und X soll größer gleich 0 sein. Erhalten dann in weiterer Folge, eben da das jetzt kleiner 0 sein soll, müssen wir natürlich die Vorzeichen ändern und das Ganze soll X sein. Auch hier wieder erhalten wir dann eine quadratische Gleichung und können die dann natürlich wieder auflösen und erhalten dann für X1 ist gleich minus 3,30 und für X2 ist gleich 0,3. Da X auf jeden Fall größer gleich 0 sein soll, kann jetzt nur noch diese Lösung gelten. Und wir haben jetzt eigentlich, wie wir sehen, für diese Betragsgleichung vier Schnittpunkte. Und wenn wir das zeichnerisch überprüfen wollen, können wir, das ist ja ganz simpel, wir haben ja zwei Beträge, das heißt, wir werden nie negative Y-Werte haben. Die erste Funktion ist eben X, also das heißt, die beginnt im Ursprung, hat die Steigung 1, geht da nach oben. Natürlich würde sie ohne Betragsgleichung hier runtergehen, also wenn man Betrag hat, muss sie dann eben mit der gleichen Steigung hier nach oben gehen. Das wäre die erste, die zweite ist ein bisschen komplizierter zum Zeichnen, geht aber auch. Also, es ist ja nur eine Skizze, ist natürlich eine Parabel, die hier irgendwie geht. Dann hier würde sie jetzt natürlich nach unten weitergehen und hier wieder hochgehen. Also hier geht sie auf jeden Fall hoch, hier sind ja die Y-Werte positiv. Hier wird sie aber quasi an der X-Achse gespiegelt und geht so. So, und somit sieht man schon, wir haben jetzt eben dann unsere vier Schnittpunkte, die natürlich an den Stellen, die wir errechnet haben, liegen.